Wir sind alarmiert worden, dass ein Zimmerbrand ist und wie wir zur Brandstelle gekommen sind, ist eigentlich das besagte Haus schon im Vollbrand gestanden. Es hat aus jedem Fenster die Flammen geschlagen. So wie man das ausschaut, der Brandvorlauf, war das Feuer sicher schon einen halben Stand lang voll im Brand. Wie hat es jetzt dann vorgegangen? Waren noch Personen im Gebäude? Wir haben sofort gefragt, ob Personen im Gebäude sind. Das war Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Es waren alle hier draußen und einen Angriff war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr möglich, weil eben das Haus schon im Vollbrand gestanden ist. Das Problem, weil eben die Decken schon so schwer beschädigt waren durch die Hitzeinwirkung, jetzt habe ich keine Leute mehr einschicken können. Auch die Stiege in den ersten Stockauf ist aus Holz geworden, die war schon völlig heruntergebrannt. Und durch das haben wir eigentlich nur von außen den Löschangriff starten können.